Guten Morgen, was soll ich anziehen? Guten Morgen, dein Outfit für heute liegt bereits im Schrank. Hey, habe ich heute einen Termin? In einer Stunde, 30 Minuten und 40 Sekunden ein Vorstellungsgespräch. Und? Was mache ich mit meinen Haaren? Keine Sorge, ich habe eine Idee für dich. Ich Untertitelung des ZDF, 2020